Gefangen in der Jeans Laras erregende Ausweglosigkeit Lara plant, mit ihrem Freund Sebastian zusammenzuziehen. Von seinem heimlichen Fetisch, der Female Desperation, ahnt sie nichts. Bis zu jenem Nachmittag auf dem Dachboden, als seine Lust die Regie übernimmt. Ihre verzweifelte Pinkelnot turnt ihn so heftig an, dass er ihre nasse Hose kaum noch erwarten kann. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage